Dankeschön. Das war ja tausend, tausend, tausend Dank. Und die Größe. Hä, die sind gleich groß. Guck mal, ich bin sogar größer als du. Die V ist schon echt klein. Die V ist schon sehr kurz. Soll ich mich mal hinstellen? Ja, kannst du noch? Dann sieht man nichts mehr von dir. Verabschiedet euch von Baloui. Hallo, Chef. Er hat hohe Schuhe an. Sehr hohe Schuhe. Ja, ja, Schuhe. Nein! Oh Gott, sieh! Könnt ihr nicht einfach klappen? Oh Mann! Nein, ich bin! Alter! Ich bin! Oh nein! Ich bin runter! Ähm... Bin ich da auffällig? Ach, Quatsch! Okay! Was machst du denn an? Hallo! Na, alles erledigt. Oh, ich dachte, du gehst hinter mir vorbei. Sie gibt mir einfach eine Kopflust. Sie gibt mir eine Kopflust. Chat, habt ihr es gesehen? Gewalt im Style! Es war ein körperlicher Angefallung. Nee, Falle! Ups! Ich habe eine Kopflust. Nein! Mein Discord ist super sensibel eingestellt. Olaf ist mir ins Auge geflogen. Der ist richtig ins Auge. Ich muss gerade noch kurz mein Discord ein bisschen... Wie kann denn Olaf ins Auge fliegen? Äh, Olaf ist die Lahnfliege. Von Franzi, die, die um mir rumfliegt. Die ist mir gerade ins Auge geflogen. Können Sie die ausladen? Also, ich meine... Franzi oder die Fliege? Nee, 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 Franzi nicht. Fliege. Olaf. Franzi haben wir schon versucht auszuladen. Oh, oh, ich kriege einen bösen Blick. Was hast du gesagt? Äh, die Pommes da mit Mayo sind noch da. Die sind noch Pommes. Pommes. Und mit Ketchup auch. Ja. Wo I sind, wie du siehst. Äh, die will. Wie steht ihr? Oh, echt? Ich muss die Haare irgendwie nach hinten machen. Hä, das blendet über, oder? Das blendet über. Äh, ohne Pommes. Die will jetzt jetzt Manni, ein Trucker. Hi. Trinkt zu viel. Soll ich dir meine Bierflaschen hier hinschneiden? Ja, bitte. Du bist wieder wohl. Oh, Gott. Jomaha. Ich bin so ohne genüchtert. Oh, Gott. Kennt ihr doch die Golden Girls? Ja, das sind die Golden Girls. Wir können jetzt eine richtig schlimme Bäume aufmachen. Elfriede und Gundula. Oh, jetzt. Oh, mein Gott. Das wäre nämlich an New Kids. Ja, das wäre ein Feuerballjunge. So ein Feuerballjunge. Bam. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich das geguckt. Sieht so aus wie das? Ja. Okay. Wie groß sind die beiden? Baloui ist 1,50 und Dibi ist 1,1 Meter. Perfekt. So ist gut. Warte, ich muss sie holen. Ja, Dibi ist grob die Hälfte von Baloui. Sollen wir eine Kuh kurz teilen? Hey, Chat. Hey, Chat. Die sind ja hinter dem Snick. Hi, moin. Hi, na? Ist das gut so? Seht ihr alles? Wir haben Tesafilm. Oh, okay. Noch ein bisschen höher vielleicht. Ja, aber dann ist das nicht so in der Kamera. Okay, nice. Kann ich? Okay, Chat, pass mal auf. Ich versuche jetzt. Hat die wie so eine Full-Camp-Szene? Ja, wir haben Ballons gemacht. Guck mal. Und hier. Ich kann nicht drehen. Und guck mal, das habe ich gemalt. Alles Gute zu sechs Jahren Twitch. Hab dich lieb. Bist die Beste, deine Franzi. Das war ich. Ja. Jetzt müsste ich den Kuchen noch so halten. Dann muss er runterfallen. Dann ist alles vorbei. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, Divi? Oh, das war so knuffig. Ach, Mann! Ihr Chat, kannst du ihn drehen? Ja. Das ist der Kuchen. Das kommt davon. Wovon? Wenn man sich Kuchen machen lässt und dann nicht mehr zum Mario Party eingeladen wird. Ich hab gar nicht eingeladen, das war Nisi! Nisi hat die Gruppe gebaut. Ich drück jetzt einfach nicht mehr A. Okay. Wollt ihr die Lips nicht sehen, die da heute entstanden sind? Ihr wollt uns aus dem Raum ganz dahinten! Ihr müsst wissen, Holla ist komplett am Gegenüberende. Ganz hinten! Dieser Stream ist gesponsert von AMD. Ich musste das tun. Das war so vereinbart. Ich will euch präsentieren, dass die auf dem Laptop quietschen die Shit könnten noch süßer beim Stehen. Was? Eindeutig Notwehr, ja. Ja, ja. Keiner gesehen! Ich hab noch ein HP, das reicht. Hier können wir abkürzen. da nicht rein. Ich wusste nicht hin. Aaaaaaah! Mann! Du Misthand des Todes! Ich geh weg! Hahahaha! Oh Gott! Nein! Oooooooooh! Das ist nicht so nützt. Junge, das ist ein Speedrun. Du Bummelmistviech. Sagt ein Spaziergänger den Angler und beißen die Fische. Sagt der Angler, nee. Sie können sie ruhig streicheln. Oh mein Gott. Ah. Jetzt schieb ich mich, weil ich gelacht hab. Oh Gott. Ich bin so ein Held. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum mein Controller nicht reagiert. Aber ich hab einfach echt keine Ahnung. Keine Ahnung. Professional Streamer, by the way. Der hat einen Hirschkopf. Boah. Wolfskopf, Bärenkopf. Oh, wie cool. Oh, scheiße, scheiße. Ah, Mann. Der hat sich grad bewegt. Oh, pff. Hopp. Oh, die kämpfen gegeneinander. Ich misch mich nicht ab. Oh, fuck. Oh nein. Wenn der mich jetzt boxt, der schallert mich aus dem Leben, oder? Oh. Oh. Ich glaub, es hackt. Das kann doch nicht wahr sein. Was war... Was hat die eine Ratte da gemacht? Was war das? Ja, let's go. Oh nein, jetzt hab ich den Hintern fotografiert. Der hat sich genau in dem Moment umgedreht. Ich wurde gebannt. Ich wurde gebannt, Chat. Entweder wird sie jetzt quasi echt zu... zu Martha. Und kann deswegen halt... in... ne, durch ihre Träume... Oh, so einen Kaninchenstall hatten wir auch. Ähm, durch... Oh, es hat sich geputzt. Mein Gott. Kann durch ihre Träume quasi... Die haben nicht mal irgendwas da drin. Das ist ja nur Holz. Oh Gott, wie sie schnuppert. Oh Gott. Ähm, kann durch die Träume... sehen, was denn Martha vor... Oh mein Gott. Vorgeht. Ähm. Oh, oh, sie hat eine Schott. Dieses langsame Rotzüge. Mach mal dein typisches Katzengeräusch, was du mal machst. Nao. Ne, das meine ich nicht. Das andere? Okay. Danke. Alter. Alter. Wie grausam. Alter, wie grausam. Wow. Wow. Der erste, bist du auch reingelaufen? Ich bin jetzt da reingelaufen. Ich bin von der anderen Seite reingelaufen. Ich seh dich das. Bist du von hinten in den Steinen? Tomate. Tomate. Was? Mein drittes Bein? Du kannst nicht. Boah, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Guck mal, ich hab die Bombe. Bleib mal stehen. Nö, nö, nö. Ja, ja, das bin ich. Äh, was? Skippy? Nö, das war bei Louis. Lass mal in der Reihe aufstellen. Okay. Geh alle in der Reihe. Geh alle in der Reihe. Sehr gut. Let's go. Drei, zwei, eins. Na, Juli stellt sich nicht mit rein. Ja? Sehr gut. Kommt in drei, zwei, drei. Ich hab ihn gar nicht gehört. Jawohl. Oh, Leute. Die sticht mich noch ab. Oh, Leute. Ich hab ihn gar nicht gehört. Ich hab ihn gar nicht gehört. Bier. Nee, die, die. Nee. Hahaha. Oh, sick. Ich stehe hier. Was hast du hier gerade Schönes? Ähm, ich stehe. Ach, du stehst erst auf den. Ich stehe, ja. Ich überlege, ob ich jetzt jemanden töte. Ich glaube, ja. Oh, es tut mir so leid, Mann. Ich will nicht mehr Killer sein. Nein, ich muss es tun. Hä? Kur, 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 kur. Oh, oh. Oh, oh. Das fand ich süß. Hilfe, Hilfe. Mach nochmal, kur, mach nochmal, das war cute. Oh Gott, ich werde umgebracht. Oh nein. Die Lili hat kur, kur mit den Tauben gemacht, das war voll cute. Ich habe eine Aufgabe noch, wir können das schaffen. Wir können das schaffen noch, wir machen nur noch die letzten Aufgaben. Ja, ähm, ähm, okay. Was? Willst du doch mal reden, oder? Dewey? Dewey? Was war das denn? Gleich ist dein Coulon wieder ready, ne? Was war das denn? Dewey? Reporte das mal. Ich glaube, sein Coulon ist gleich ready. Warum kann ich nicht reporten? Ach so! Ist das eingestellt, dass wir... Oh nein! Oh mein Gott, nein! Komm her! Komm her! Du bist Falke! Du bist Falke! Ich bin Falke! Kur, kur, kur! Ach Sunny, ich würde dir meinen größten Kürbis geben, aber er wächst noch. Kannst du nicht ein bisschen Magie einsetzen? Lass ihn wachsen und er gehört ganz allein dir! Fantastisch! Großartig! Fantastisch! Mer! Oh! Ups! Der ist ja riesig! Das ist was sie gesagt. Und das ist was er gesagt.